Moin Moin, hier ist Timo von DaytrayerTools.de mit einem neuen GP3 Marktupdate für DAX, DAO und NASDAQ. Also los geht's. So, alright, alles klar, fangen wir mit dem DAX an und gucken uns was im DAX los ist, fangen wir mit dem Tagesschart, mit dem D1 an, also man sieht hier, wir hatten hier einen Abwärtstrend im DAX, jetzt haben wir den Abwärtstrend aber wieder gebrochen und hier oben sieht man es, hier oben lauert ein Widerstand. Wir haben da ungefähr so 150, 200 Punkte Widerstand im Daily bei 18.994 bzw. 19.000 knapp bis 18.700. Also, dieser Bereich wird relevant, gegebenenfalls heute sogar noch, sollte man im Auge behalten. So, gucken wir uns den Stundenchart an, was wird kurzfristig noch interessant bzw. welche Marken liegen dort. So, da sehen wir, wir haben hier auf jeden Fall einen Aufwärtstrend, der wirklich schon einige Tage Bestand hat hier im Stundenchart. Das ging hier los am 5. August, jetzt haben wir den 23. ungebrochener Aufwärtstrend, den wir hier haben. so, wir haben hier im Bereich von 18.462 bis 18.416 ein Support, man sieht auch mehrfach aufwesend Support aufgesetzt hier, aber auf der Oberseite 18.674 bzw. 18.600 ungefähr, da lauert der nächste Widerstandsbereich. Das heißt, das ist auf jeden Fall eine Marke, die heute wahrscheinlich relevant wird, das passt ja auch zum Daily zusammen. Wenn ich mir jetzt hier mal den Daily noch kurz drauf mappe, dann sieht man, das ist ungefähr auch die Zone. Hier oben, das ist jetzt die Widerstandszone aus dem Daily, das ist ungefähr der Bereich auch, der hier im Stundenchart ebenfalls relevant wird. So, für den ganz kurzfristigen Zeithorizont schauen wir uns noch den M15 an, was haben wir im M15 für GP3-Marken? So, jetzt haben wir hier noch den H1, also stellen wir das mal wieder auf Auto hier. So, da sieht man, hier ist eigentlich auch erstmal nicht so weit mehr relevant, also die Marken bleiben weiterhin bestehen, 18.700 ungefähr, 18.600 auf der Oberseite, Support haben wir bei 18.500 ungefähr. So, alright, dann gehen wir rüber zum Dow Jones, fangen wir auch hier mit dem Tageschart an und was sehen wir hier? Hier auch ein schönes Bild, ich schalte mir hier noch den Trend dazu und den Trend auf, genau, auf Close. So, da sieht man nämlich hier, ich mache das mal ein bisschen größer, wir arbeiten uns hier, bzw. der Dow arbeitet sich hier an einem Widerstand ab. Also wir sind ja hier im Daily, das sind Tageskerzen und der Widerstand hier bei 40.000 ungefähr, 41.000. Und da dümpeln wir jetzt, bzw. da bremst der Kurs jetzt schon seit den letzten drei Tagen in diesem Widerstand. Also das ist auf jeden Fall der Grund, warum es jetzt hier momentan nicht so wirklich weitergehen will. Auf der Unterseite, Support ist jetzt erstmal nicht relevant, weil das Stück doch zu groß ist, das wird also für heute nicht unbedingt mehr relevant werden. So, relevanter ist aber der Stundenchart, schauen wir uns den an. Was haben wir im Stundenchart? Da sehen wir erstmal, dass wir hier auch einen Aufwärtstrend hatten, auch ähnlich wie im DAX, haben jetzt aber hier einen Trendbruch mit einem möglichen Support bei 40.600, 40.500. So, man sieht es ja auch sehr schön im Stundenchart nochmal, wie genau der Dow jetzt letztendlich hier immer wieder in diesem Widerstand oder bei diesem Widerstand abgeprallt ist, bei der 41.000. Das ist hier oben dieser Bereich. Das passt dann auch wieder zum Tagesschart. Wenn ich mir den auch mal kurz hier noch auf den Chart mappe, da sieht man, das ist jetzt der Widerstandsbereich vom Tagesschart. Und wenn man das jetzt auf die Stunde wieder runter bricht, da sieht man, das passt dann auch wieder zusammen, das heißt, ganz eindeutig, darum geht es nicht weiter. Hier oben liegt ein Widerstand bei der 41.000. Man sieht auch auf der Oberseite 41.200 bis 41.100 ist schon der Nächste. Also, das wird hier nicht so einfach für den Dow werden, hier einfach so durchzuschießen. Auf der Unterseite nächster Support nach 40.600 ist hier die 40.468. Das heißt, dann sollten wir runterkommen, haben wir auf jeden Fall hier zwei Support-Bereiche. So, auch hier noch kurz der M15 für den ganz kurzfristigen Horizont. Was sehen wir da? So, da sehen wir folgendes, ich mache das ein bisschen kleiner, dass wir uns hier mitten in einem Widerstand befinden, aber wir haben hier auch wieder einen Aufwärtstrend etabliert. So, gestern hier 41.000, 115.000 bis 41.018 auch genau abgeprallt und einmal durch diesen Support, durch diesen Widerstand, besser gesagt, einmal durchgefallen, auf den nächsten Support drauf bei der 40.600. So, also Ausblick für heute. Man sollte definitiv hier oben den Widerstandsbereich bei der 41.000 im Auge behalten und hier unten der Support bei 40.600. Alright, so, als letztes gehen wir noch auf den Nest Deck ein. Was sehen wir am Nest Deck im Daily? Da sehen wir erstmal hier im Tagesschart, dass wir hier einen Aufwärtstrend hatten, der mittlerweile aber auch gebrochen ist. Auf der Oberseite haben wir hier einen möglichen Widerstand bei 20.500 ungefähr. Ist auch noch ein Stück weit hin, wird wahrscheinlich heute auch nicht relevant werden, aber sollte man im Auge behalten, wird 20.500. Nächster Widerstand im Daily. So, Stundenschart, wie sieht es da aus? So, auch hier sieht man sehr schön gestern bei der 20.000 hier in dem Support, in dem Widerstandsbereich abgeprallt, nachdem wir hier auch einen Aufwärtstrend hatten, der längere Zeit Gültigkeit hatte, Abwärtstrend etabliert auf den nächsten Support bei 19.500. So, also die beiden Bereiche heute für den Nest Deck interessant, 20.000 bis 19.500. Wir können uns das Ganze jetzt noch in einer Zeiteinheit kleiner angucken. M15, was ist der ganz kurzfristige Horizont? Da gibt es auch keine weiteren Bereiche als die, die wir auch schon im Stundenschart gesehen haben. Wenn wir jetzt noch weiter runter gehen, 5-Minuten-Chart. Was sehen wir im 5-Minuten-Chart? Ja, da sehen wir, hier sind kleinere Support-Bereiche, beziehungsweise wir haben hier oben bei der 19.700 noch so einen kleineren Widerstand. Also das ist für den ganz kurzfristigen Zeithorizont interessant, hier oben 19.700, beziehungsweise hier unten, man sieht auch, hier gibt es mehrere kleine Support-Bereiche, aber der wirkliche Support-Bereich hier auch im M5 zu sehen, ist am Ende, jetzt kann man es nicht sehen, weil ich im Bild bin, so machen wir mal kurz weg. Hier unten bei der 19.500. So, alright. Das war das Markt-Update für heute, den 23.08. Das GPDR-Markt-Update. Schön, dass ihr dabei wart. Bis demnächst. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.